2 Millionen Rentner im doppelten Glück. Zweimal Energiegeld möglich. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Das Thema Energiepreispauschale lässt uns auch im November 2022 einfach nicht los. Und aktuell haben wir eine Information erhalten. Und zwar sollen sich mindestens 2 Millionen Rentnerinnen und Rentner richtig freuen können. Und zwar doppelte Freude. Sie erhalten die Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro zweimal. Rund 2,05 Millionen Rentnerinnen und Rentner haben Anspruch auf die Energiepreispauschale als Erwerbstätige und dazu auch noch als Rentenbezielende. So zitiert die Welt am Sonntag das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Die beiden Leistungen seien getrennt voneinander zu betrachten. Rentner könnten in beiden Personengruppen tatsächlich einen Anspruch auf die 300 Euro Energiepreispauschale haben. Wir haben ja auch schon davon berichtet, natürlich ist es so, wenn die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind, dann können Rentner zweimal Energiepreispauschale jeweils aus den unterschiedlichen Gesetzen herleiten und auch tatsächlich ohne schlechtes Gewissen haben beanspruchen. Die Zahl der 2,05 Millionen Rentnerinnen und Rentner, die also sozusagen doppeltes Glück haben, setzt sich zusammen aus 0,9 Millionen Rentner, die eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ausüben. Dann ca. 1,15 Millionen Minijobber als Rentner und dazu kommen nochmal 95.000 Versicherte, die schon als Erwerbstätige am 1.09.2022 die 300 Euro ausgezahlt bekommen haben oder zumindestens dann in Anspruch haben und danach eine Altersrente oder anderweitig anrechenbare oder erfassbare gesetzliche Rente beziehen. Also die zum Beispiel am 1.11.2022 eine Altersrente bekommen oder spätestens zum 1.12.2022 eine gesetzliche Rente beziehen. Kann ja eine Altersrente sein, eine Erwerbsminderungsrente sein oder auch eine hinterbliebene Rente. Die doppelte Zahlung der 300 Euro als Erwerbstätige und Rentner ist, wie ich schon erwähnt habe, gesetzlich zulässig, wenn der Rentner und der Erwerbstätige die Anspruchsvoraussetzungen aus den jeweiligen entsprechenden Gesetzen tatsächlich auch erfüllen. Als Rentner zum Beispiel müssen sie am 1.12.2022 eine gesetzliche Rente beziehen und die wenigstens auch zum Teil ausgezahlt bekommen. Ihren Wohnsitz in Deutschland haben und der unbeschränkten Besteuerung hier in Deutschland unterliegen. Dann wird es was mit der doppelten Zahlung der Energiepreispauschale. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Hла. Halt?